Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Von der Leyen verspricht in Kiew Milliardenhilfen. In einer eindrucksvollen Reise an die Front der Ukraine hat Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, bekräftigt, dass die Europäische Union bereit ist, umfangreiche finanzielle Unterstützung für den von Russland angegriffenen Staat bereitzustellen. Bei ihrem Besuch in Kiew äußerte sie, dass die EU plant, der Ukraine bis zu 50 Milliarden Euro an Hilfen zu gewähren. Dieses großzügige Angebot umfasst sowohl direkte finanzielle Mittel als auch Unterstützung in Form von Krediten und wirtschaftlicher Hilfe. Von der Leyen hob hervor, dass die EU fest an der Seite der Ukraine stehe und es sich um eine Investition in die Sicherheit und Stabilität Europas handele. Ihrer Meinung nach sei die Unterstützung unentbehrlich, um die Ukraine in der schwierigen Zeit des Konflikts zu stabilisieren. Sie unterstrich zudem die Bedeutung der Verteidigung der Demokratie in der Region und betonte, dass die Ukraine nicht nur um ihre territoriale Integrität kämpfe, sondern auch um die Werte, die allen EU-Mitgliedstaaten zugrunde liegen. Die Präsidentin der Kommission informierte die Journalisten darüber, dass ein erheblicher Teil der finanziellen Unterstützung darauf abzielen werde, die Wirtschaft der Ukraine wieder aufzubauen. Sie verwies auf die Herausforderungen, denen die Ukrainer gegenüberstehen, darunter der Wiederaufbau von Infrastruktur und die Wiederherstellung von Lebensstandards, die durch den Krieg erheblich beeinträchtigt wurden. Von der Leyen bemerkte, dass die Zweisamkeit und der Zusammenhalt zwischen der EU und der Ukraine von entscheidender Bedeutung seien, um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde die Wichtigkeit der Reformen in der Ukraine angesprochen. Die EU erwarte von der ukrainischen Regierung, dass sie weiterhin Fortschritte bei der Umsetzung von Reformen macht, die für den Beitritt zur EU von Bedeutung sind. Von der Leyen bekräftigte, dass die EU bereit sei, diese Reformen zu unterstützen und zu erleichtern, um die Integration der Ukraine in die europäische Gemeinschaft zu beschleunigen. Die Diskussionen über die Finanzhilfen sind Teil einer größeren Strategie der EU, die Ukraine zu stabilisieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Unterstützung langfristigen Nutzen bringt. Zusammenfassend ist klar, dass die EU mit ihrem versprochenen finanziellen Engagement eine Schlüsselrolle in der Zukunft der Ukraine spielt, besonders angesichts der aktuellen Herausforderungen. Autorin Anita Farke, Freitag, 24. September Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.